Bro, tag auch ein halbes Jahr schon mit Prime, ich küsse doch dein Herz. Jungs, vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr korrekt, Mann. Ehrlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Jetzt bin ich gespannt. Bist du eigentlich auch wieder fort? Ja, aber off-stream, immer off-stream. So, weil manchmal gehen die Runden vielleicht drei, vier Runden, du hast keinen Bock mehr. Final-Musik im nächsten Spiel, im nächsten, im zweiten Spiel. WikiLeague und Fortnite. WikiLeague, Digger, ich hab 19 als gut, letzte WikiLeague. Ich hab halt keinen Bock gehabt, zu screamen, ja. 19-1, drei Inform-Sets, die ich eh nicht aufmachen kann, weil ich investiert habe und die nicht steigen. Ich muss warten. Best of two, Diogo. Wer ist aber das beste FIFA-Spiel auf all type? Boah. Schwer zu sagen. Boah. Text, Dosari. Text, Dosari immer so konstant, ja. Text, Dosari. Warum fragst du mich denn, hä, du fragst mich wen ich als besten spieler auf alltime sehe und dann sagst du ne, anders. Warum fragst du mich denn, hä. Und da ist Levy der Wirt mit dem Altstuhl. Das war's. Levy ist so gut, ja man. Levy ist im Strafraum so gefährlich ne. Guck mal, wenn der im Strafraum ist, wie der sich bewegt dort ist der Wahnsinn. Wär's cooler, du oder ich? Nichts. Geil, Mann. Ja. Oh. Oh. Warte mal jetzt hier, warte mal Levy. Wuhuuu. Kevin. Vielen vielen Dank für deinen Prater im zweiten Monat. Das war der beste. Vielen vielen Dank, Mann. Vielen vielen Dank, ehrlich. ich hoffe dir gehts gut so weit er ist besser zu krass was bringt Hypetrain eigentlich? ich weiß es selber nicht aber ich habe heute den zweiten Hypetrain guck mal ihr müsst euch so verstehen ich habe locker 2-3 Monate keinen Hypetrain bekommen heute zweimal Hypetrain zu krass ich muss sagen ihr habt heute gut gegönnt sehr sehr krass best of 2 yes boah 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 mh boah 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 Oh. Würde den FIFA wieder eine WM feiern, Offline Event halt. O O O O Olivia. Okay wir haben ein Spiel. Best of two Hazard. Kevin, Bruder. Alles beim Besten. Wirklich mega super. Alles top. Levy. Der Mann ist doch Wahnsinn. Der erste bekommt 1200. Der zweite bekommt 600. Der dritter und vierter bekommen jeweils 100 Euro. Levy der Wirt mit dem 4 zu 0. 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 5 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 zu 0. 6 zu 0. 5 zu 0. 5 zu 0. 6 zu 0. 6 zu 0. 6 zu 0. 5 zu 0. 5 zu 0. 5 zu 0. 7 zu 0. 6 zu 0. 6 zu 0. 36 zu 0. 7% 110. Fred zusch soften. 14. 20 22 23 23 24 Boah. Salvinio, machen wir noch eine Wette? mach mal noch eine Wette und schreib einfach 4 Tore oder mehr in dem nächsten Spiel und dann für das nächste Spiel halt, das ist ja best of 2 und dann haben wir noch eine kleine Chance, aber es ist sehr schwer zu scoren gegen Levi oh mein Gott, oh mein Gott oh mein Gott, was war das denn? oh mein Gott oh mein Gott